Herzlich willkommen zurück zu Cry of 4. Wir wollten durch die... durch die Tür gehen! Durch die Tür wollten wir gehen. So, dann gehen wir jetzt durch die Tür. Ich hab keine Ahnung was da hin. Also, auf jetzt ist es wie gesagt komplett blind für uns. Oh Gott, nein! Das ist der Wald! Oh nein, sag doch sowas nicht. Also, ich hab den Let's Play dazu hier gesehen. Wo bist du? Ich bin neben dir! Ja! Das ist halt echt lange. Hier liegt ein Stock. Oh, guck mal! Spritze! Ja! Zwei sogar! Ah, sehr gut! Warte, die leg ich mir direkt. Legt ne Bumme. Legt ein Ast! Hier legt noch ne Bumme. Ich nehm einen Wommel! Ich hatte ja gar nichts mehr an Zeugs. Wie viel Energie hab ich noch? 69, ich sollte eigentlich hinhauen. So, was hab ich denn jetzt hier? Hier hab ich nichts. Da hab ich ein bisschen... Das ist der Schlagstock. So, den auf eins. Die auf drei. Ich hab nur noch eine geladene Bumme. Scheiße, jetzt hab ich mir alles gekrallt, bis auf den Lagen lag. Ey, du bist... Ja, tut mir leid. Ich hab dafür den Stock jetzt. Genau. Hast du jetzt den Stock? Ja gut, die eine Waffe... Ja gut, ist ja egal. Hab ich das jetzt... Okay. Ich weiß nicht, ob ich Magazine droppen kann. Ich hab ja hier noch... Drop? Jetzt hab ich die ganze Waffe gedroppt. Ne, nehm sie bitte nicht. Ähm... Wo ist sie denn jetzt? Warte. Zwischen deinen Füßen, genau. Ja, das ist nämlich ein Magazin. Ne, ist nix. Alles da. Okay. Dann, dann... Warte mal, liegt da nicht noch was? Wo? 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 Hier liegt noch ne Spritze. Ja, wir können aber noch eine nehmen. Hier liegt aber noch mehr. Hier ist noch... Hier ist noch... Hier ist noch Muni. Oh, ich hab ne Wumme. Da liegt noch Muni hier. Nimm die bitte. Ja, oder ich nehm die Spritze und dann nehm ich die nochmal mit. Ich mein, wir können ja auch droppen. Also ich hab zwei volle Wummen. Wummen, 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 Wummen. Ich nehm jetzt ne Spritze und nehm die jetzt noch mit. Okay. Hier liegt aber sonst nichts mehr. So ein paar Stöcke hier, ne? Mhm, 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 mhm. Stopp. Oh man, die Musik, ey. Die Musik? Mich beunruhigt eher der Wald. Das ist ein... Guck mal bitte geradeaus und warte bis es blitzt. Oh Gott. Warum? Ich weiß es nicht. Das ist Fridulein. Oh nein. Ich nehm ne Wumme. Okay. Ich weiß nämlich nicht, ob er denn hier entkommen können wegen dem Steg, weißt du? Ah, was ist das denn? Das macht doch nichts, das macht doch nichts. Das sagst du. Das sagst du. Ach doch, es kommt noch eins, da kommt noch eins. Ich weiß, ich hab's gesehen. Aber ganz ehrlich, Fridulein ist mir... Uäh! Was ist das? Was ist das denn? Ist das die alte von The Ring? Fridulein! Da kommt irgendwas, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas. Da ist Fridulein! Machst du die tot hier? Ich bin noch am Nachladen. Du musst singen am besten, wenn der da vorbei läuft. Da kommt Fridulein! Ich hab grad Angst! Ich seh den gar nicht, aber... Ich seh den gar nicht, aber... Ich renne jetzt einfach. Ich renne jetzt einfach. Oh, hier sind zwei Fridoline! Oh Gott! 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 Der kommt aber auch nicht, ne? Ja, der Mott ist auch schon tot! Oh Gott! Könntest du mich aber nicht, der weiße... Ach so! Ach so! Ja, lebe ich... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Jetzt haben wir eh alle verkackt, würde ich sagen. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was auf die Zukunft kommt. Ja, ist einiges. Hier, nimm mal die dicke Drumme hier. Ich geh hier, Spritze. Und deswegen liegt hier auch so viel Kram. Jetzt hab ich dir die Mundi von den Füßen weggenommen. Hast du ne Spritze genommen? Hier liegt noch ne Spritze. Spritze hab ich. Ich hab auch eine. Jetzt haben wir 100%. Dann gucken wir mal, wie wir durchkommen und dann gehen wir nochmal zurück und holen die, je nachdem. Ja, aber an den großen... Sag mal einfach durch. Wo ist denn das? Ach da. Wollen wir einfach durchrushen? Sollen wir einfach rennen? Ich bin jetzt so groß, ich hab was für alles habe. Okay. Ich hab nur die und die Wuppe. Ich renne da jetzt einfach durch, ist mir egal. Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay. Ich rauf. Ich rauf. Fuck. Bin ich tot? Ich kann mich nicht bewegen. Ich häng fest. Ich auch. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich tot. Ich auch. Und da liegt Munition. Fuck, wie kommen wir denn da durch? Und da ist ein Milch. Ich darf auch essen und eine Weintraube. Ja. Mit Käse. Ist doch ätzend. Wir können doch nicht alle töten. Aber da liegt so viel Muni. Vor allem die Brügel mit dem. Da liegt so viel Muni. Da kommt der gleich nochmal auf. Diese Viecher aus dem Wasser, die können wir ja nicht töten, oder? Oder wir locken einfach den Großen an und gehen dann zurück. Das Problem ist aber, wenn wir langsam zurückgehen, dann killen uns diese komischen Wurzeln da. Diese Baumdinger. Die hier? Ja. Ich schlage mal einmal. Wir müssen uns nicht gut hier führen, die Tür stehen. Ich gehe jetzt so weit vor, dass ich die Tür bin. Ah, er ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht irgendwas machen lassen. Ich muss nachladen erst mal, bevor wir jetzt weitergehen. Ich habe jetzt eh nur noch knappes halbes Magazin. Ja, da hinten liegen noch zwei, wo ich gerade verreckt bin. Komm mit. Wieder zurück? Ja, ich muss meine Spritze nehmen. Ich gehe mal wieder zum Anfang. Holst du die Spritze noch? Du hast ja noch eine, ne? Ich habe noch eine Spritze. Dann müsste ich mir die ja eigentlich mal holen, ne? Ja, ja. Ja gut, dann komme ich jetzt zurück und hole mir die Spritze, ne? Ich bin schon wieder für der Sprick. Ich habe alles eingesammelt, was da lag. Außer die Spritze, die dritte, die wir nicht mitnehmen können. Jetzt wurde ich aber zweimal geschlagen schon wieder, ne? Von wem? Von den Pasta. Nein, von jetzt. Du musst, wenn du an die vorbeireinst, musst du einfach springen. Okay. Dann passiert da eigentlich nichts. Ja. Hab ich gesehen. Okay. Ich bin jetzt aber auch erwischt worden. Na gut, ich habe es geschafft. Okay. Hier ist Moni. Da liegt Moni. Okay, ich habe... Da kommt der Fridolin. Nimm, nimm das doch! Jetzt, ich muss, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Schieß, schieß, schieß. Der Bug, der Bug. Sehr geil. Hier liegt auch nochmal Moni. Da kannst du... Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Geh da weg, geh da weg, nimm die Spritze. Geh da weg, nimm die Spritze. Geh da weg, nimm die Spritze. Was hast du gemacht? Ich habe nur die Wumme gesehen. Dann kam dieses Ding da. Okay. Aber sie sind bezwingbar. Wir haben einen Plan. Ja. Licht. Licht ist der Plan. Ich nehme jetzt einfach wieder alles, was hier liegt. Ich auch. Spritze. Stoffe. Doof, dass du die Spritze auch so nehmen musst wie die Munition. Das dauert ja ewig. Hast du die große Wumme hier eingesammelt? Ich habe eine Wumme, ja. Ja gut, okay. Du musst die wieder ausrüsten. Eins, du bist auf zwei, die Wumme auf drei. So, dann gehe ich jetzt mit der Client voran für die... Das Blöde, die Ast... Die Ast... Dass die Viecher, dass die Großen wieder leben hier, ne? Die hier, ne? Der Fridolin lebt doch jetzt wieder, oder? Ja klar, er lebt auch wieder. Die machen uns aber tot. Ja, ja. Aber warum die denn? Das passiert aber nicht. Boah, die brauchen fünf Schuss. Die brauchen ein ganzes Magazin auch um die Dinger. Die Fridolin braucht ja auch sechs Schuss von der Wumme. Das ist scheiße. Aber hier haben wir dann wenigstens einen sicheren Weg zurück. Okay. Da kann man wenigstens... Ist der tot? Ich hab... Ich hab nichts mehr, ne? Also an... Ich hab jetzt nur noch die Große. Da kommt noch so ne... Ich hab nur noch einen Schuss. Ich hab nur noch einen Schuss. Jetzt bin ich schlossen. Schuss... Schuss los. Oh oh. Ich auch. Zurück lag da noch mit... Oh. Da lag nichts mehr. Da hinten lag nichts mehr. Also... Nur noch die Spritze. Ich bin komplett leer. Ich hab keine Munition mehr. Und die Munition kommt erst um die Ecke, wo der gerade auf uns zukam. Stock. Stock. Fuck ey. Du musst ja Fridolin jetzt mit dem Stocktürf. Oh! Oh! Ich hab noch ein bisschen Munition gefunden. Ich hab für die kleine Haare hier noch mal ein Magazin. Ich weiß nicht, ob ich ihn damit jetzt killen kann. Er ist ja eigentlich schon gut getroffen. Ich weiß es nicht. Ich hab ihn dreimal getroffen oder so? Ich hab nur noch den Stock. Ich bin leer. Ich bin leer. Ich hab nichts. Sven. Der lebt immer noch der Team. Soll ich... Soll ich durchlaufen, die Munition holen? Oder vielleicht können wir ihn hier hinlocken, dass wir hier Platz haben. Und dann an ihm vorbei. Und dann kommt aber die nächste Wurzel und dann kommt der nächste Fridolin. Ich... Ich renne jetzt durch. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich hab die Landfahrt gemacht. Ich häng fest. Ich bin tot. Und ich bin alleine? Warte auf mich. Warte auf mich. Warte auf mich. Ja, ja. Renn weg. Warte auf mich. Ich esse lange ein bisschen Zeugste. Ja. Was liegt denn hier? Ich bin tot. Ne, nur ein Stock. Das macht so süchtig, ey. Scheiße, ey. Wo bist denn du? Im Gebüsch. Im Gebüsch, ja. Und die Brücke im Blick. Okay. Aber Fridolin steht nicht da, wo ich noch... Ich komm ja eh zurück zur Tür. Mhm. Wenn ich Glück habe, hab ich wieder ein bisschen Muni. Dann kann ich ihn nochmal drauf kloppen. Ah, ich glaub der steht da noch. Ich konnte gerade Space drücken. Und ich bin nicht kicken. Geri spawned. Oh oh. Du hängst. Mich hängst. Ja oder nicht? Ich liegt ja dann auch. Ich kann nichts drücken. Achso. Du hängst. Mich hängst. Soll ich mal kommen? Gucken, wo der ist? Der steht genau über mir. Ich hab's grad gesehen. Der steht genau über mir. Wenn hier noch ne fette Wumme liegen würde. Immer drauf losglocken. Das ist das einzige was jetzt noch machbar ist. Was wäre effektiv, Leute? Der Schlagstock oder dieser Baumstock, der hier unten liegt? Ok. Renn einfach durch. Nimm die Spritze, damit du auf 100% bist. Nimm die andere mit, die da noch liegt. Und renn durch. Komm, ich kann nichts mehr drücken. Ok. Spritze ist intus. Ne. Ist nicht intus. Ich hab doch. Jetzt. Schlagstock. Und die Spritzer. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meinst du, ich kann denn an dem vorbei laufen? Ja, vielleicht. Und dann nimmst du die Munition mit, die da ist. Da liegt ja Munition ganz viel rum. Vielleicht kann ich den ja irgendwie zu mir locken, dass ich den verarsche. Ja, ich weiß nicht, ob ich respawnen kann, weil der Typ, weil er da steht. Ich weiß es nicht. Er kommt ja auch nicht weiter. Ja, wahrscheinlich backen wir beide gerade fest. Guck, dass du irgendwie an ihm vorbei kommst. Und dann sammelst du die Muni ein. Was? Oh. Nein. Er hat mich geschlagen. Ich. Ich wollte um die Ecke da hängen. Äh, springen. Ja, gut. Das geht ja. Das ganze nochmal. Und wir dachten, dass mit der Treppe war schon scheiße. Hm. Warte mal. Eine Spritze. Hier ist eine Spritze. Ja. Und ich auch noch eine. Hast du die Muni hier gerade mitgenommen, die hier lag? Mit der Wumme, ja. Ne, hier liegt auch noch eine einzelne Mission liegt hier noch oben eigentlich. Also da hatte ich die vorhin schon. Ich bin noch her. Ah, da ist es ja. Ich hab's. Ich hab's. So. Die Eins. Spritze auf die Zwei. Wurde mal auf die Drei. Aber ich würde mal sagen, wir heben uns irgendwie. Wir müssen gucken, dass wir die Munition nicht für diese komischen Baumpflanzen da aufmachen. Ja, aber die machen uns ja mit tot. Das ist das Problem, weißt du? Ja, da müssen wir den zu uns locken. Ja, dann rennen. Ich warte. Ja, sehr gut. Dann lock ihn hier hin. Ich rüste mich mit der Wummer aus. Ich warte hier am Steg. Ach, jetzt kommt erstmal die blöde Fotze. Ja, das ist ja Fotze. Ist noch ein bisschen Käse nebenbei. So, beide sind tot. Ich sehe es. Zwei Schusswummer hab ich noch. Ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch 10. Ja. Komm zurück, komm zurück. Ja. Gut. Der geht doch wieder zurück. Nee, der kommt. Ich hab ihn ja angefangen gerade. Ich warte, bis der näher ist. Ich muss weg. Ich muss nachladen. Erst. Ah, ist gut. Okay. Ja, machen wir das mit dem nächsten am besten direkt auch so, oder? Ja, ich warte hier. Ich hab noch 5 Schuss hab ich noch. Ich hab noch ein volles kleines Magazin. Da hab ich noch ein paar von. Da hab ich jetzt noch 3. Okay. Ja, dann hol ihn. Ich warte wieder hier. Lass dich nicht schlagen. Ey, direkt die 15. Oh, scheiße. Ja, es ist okay. Kommt er noch? Nö. Er trauert gerade seine Frau, oder so. Das sind seine Kinder. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Ich wollte einfach den Baum erschlagen. Komm. Der kommt, der kommt, der kommt. Ja, ja. Ich hab noch 4 Schuss. Ja, ja. Dann hau. Warte, bis er nah genug dran ist. Okay, ich muss jetzt die Waffe wechseln. Äh, die Waffe wechseln. Okay, 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 okay. Ist tot. Okay, dann hopp. Hö. So, da kam direkt ja noch der nächste. Ah, ich hab Magazin. Ich hab Magazin. Moment. Pass auf. Ich geb mir mal eben die Spritze, weil ich bin 40. Gleich. Ich hab eh keine Munition. Da liegen noch zwei Stück. Die kannst du direkt nehmen. Ich mach den, ich mach den tot hier. Okay. Okay. Dann nehm die beiden. Ich hab noch zwei volle. Und auch die Bombe hab ich auch gerade geladen. Moment. Ich muss laden. Okay. Puh. Da kommst du aus dem Baum, oder? Ja. Und eine Spritze. Du hast keine Spritze mehr. Nimm den Weg. Oh Mann, ey. Nein! Was? Ich bin tot. Nehm der Spritze. Wie die so scheiß Baum. Oh Mann! Scheiße! Wenn ich jetzt näher komme... Bist du tot. Wenn ich dich wiederbelebe, ne? Bestimmt. Hauptsache, die Spritze kann ich nehmen. Soll ich da nicht einfach hier warten? Ich meine, du kannst ja mal gucken, einen Schlag überlebst du ja. Dann kannst du ja mal gucken auf der... Drück doch mal E. Ja, geh weg, 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 geh weg. Nimm die Spritze. Oh nein! Nimm die Spritze! Nimm die Spritze! Hier ist mal eine Wumme, ne? So. Wie vorhin, wie vorhin? Wie vorhin. Ich husche los. Warte, ich nehme aber erst die kleine. Ja. Warte. Und die. Die. Ach, das war der Schlagstock. Leg dir am besten die Spritze auf die 2 oder so. Hab ich auch. Die Spritze hab ich auf 3. Genau, das ist hoch. Hoffst du, du kommst dran. Direkt. Ja. Wieso, ich war... Ey, wo rennst du hin? Ja, ich wachte hier auf Fridolin. Okay. Ich hol ihn. Das sieht so geil aus. Jetzt kommen erst mal diese Weiber hier. Ja. Ah, nein! Fuck! Fuck, 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 fuck! Ich ist tot. Da ist noch irgendwas. Irgendwas kommt da oder lebt. Ich seh nix. Ich hab heute noch 5 Meter Lichtkegel. Ja. Du wirst ja noch eine Olle kommen, eigentlich. Jo. Jo. Kommt hin. Oh Gott, nimm die Spritze. Ja. Und dann hol dir am besten nicht die von hinten gleich. Dann kannst du erst mal den... ... den Dings ablocken. Moment. Die Munition. Oh Gott, da kommt er schon. Kommt er? Kommt er? Kommt er? Oh nein! Ich denkst, dass ich nach dem Baum schlagen. Ja. Aber er kommt. Ich geh mir die Spritze schon holen. Ja, beeil dich bitte. Ich bin jetzt... Oder soll ich mit schießen erst mal? Ist hier relativ. Hauptsache du machst irgendwas. Ich mach' plan. Ich hab' keine Munition mehr. Ich hab' nur noch 4 Schüsse. Okay, er ist tot. Ich hab' noch 2 Schüsse mit der Bumme. Spritze. Aber ich hab' noch... ... 4 Magazine von der Kleinen. Also 1 geladen. Ich hab' noch 3. Also wenn du den jetzt holst, kann ich ihn zwar mit dem Rummer erschießen. Und damit der Kleinen drüber drauf knallt. Gut, dann darf aber nichts mit... Ich hab' keine Munition mehr. Ja, du musst ihn ja nur holen. Was sagst du so einfach? Ja. Ich hab' noch... Ja. Juhuuu! Die erinnern mich ein bisschen an Alice. Ich weiß auch nicht warum. Das war nur Einschlag. Oh! Und dann kommt er nicht. Oh! Orientierung! 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 Wo ist denn Fridolin? Der kam da! Und wo ist er jetzt? Der kommt aber nicht! Der steht da! Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Der spiegelt sich ganz komisch im Wasser, dass es den irgendwie jetzt hinlässt, das ist so geil. Das sind auch zwei. Quatsch! Finde ich nett von ihm, dass er da stehen bleibt. Ja, ne? Alter! Stirb! Stirb! Ah! So, jetzt müssen wir ja eigentlich bis zur Munition vorkommen, oder? Jo. Wenn ich dich schlagen lässt. Okay, die hab ich jetzt. Die hab ich. Äh. Soll ich die nehmen? Ne, nimmst du die zwei klein? Ja, damit ich an diesen Baum laufen kann. Ich mein, ich hab irgendwas. Okay. Hol sie dir. Ich hab zwar jetzt noch eine, aber ist egal. Hast du? Hast du ne Spritze noch? Ne. Fuck. Ich hab zwar ne Spritze, aber... Ja komm, ich geb dir die Spritze. Hier, die liegt da. Da. Nimm die, nimm die. Das nehm ich jetzt am besten auch direkt. Oh, einmal rein. Das ist voll hin und eher durch den Ärmel von dem Ding. Ne, den hat er hoch gestreicht. Ne, hat er nicht. Hat er wohl! Nein! Hat er wohl! Das könnte mal sitzen. Das wär ziemlich nice. Ah, da hinten ist noch was. Hast du gesehen? Ja, ja. So weit waren wir ja eben auch schon, ne? Geradeaus kommt da noch ein Baum. Da ist da noch ne Spritze und Muni. Ich würd' sagen, kreil dir irgendwas. Ich kreil mir auch irgendwas. Und wir gehen beide nach rechts. Rechts, okay. Nimm, nimm einfach das, was er liebt. Oh, Baum! Hey, 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 hey! Okay, okay. Da hast du alles, was er genommen hat, was er hat. Oh Gott! 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 Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Oh Gott! Scheiße! Was hab ich gewascht? Eine Fredoli! Mann! Wir müssen doch über diese blöden Baumwählergarten bringen. Das sind so viele. Nicht. Wir können die doch nicht die ganze Zeit immer nur anlocken. Nee. Nicht, wenn da so viele von diesen Baumdingern sind. Also ich hab eine Spritze. Ich auch. Wumme und das Magazin, was hier liegt. Ja, hab ich auch. Und einmal einen neuen Platz auf dem Weghof. Mal wieder. Mh. Soll ich diesmal anlocken? Ja. Der hat dir auf den Po geklapst. Hat er? Ja. Der hat dir auf den Po geklapst. Au! Mh. 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 Wo kommt der nicht... ah ne, besser warten wir. Aber eigentlich... Wagt der da jetzt nicht gerade festzulehren, wo ich gerade tot bin? Aber da steht noch eine bei dir, oder? Ja. Ich denke, es ist besser, wenn du dich auch umbringst. Weil, äh... Wenn du Muldi und alles zerwecken, mich nicht wiederbelebst. Was macht so süchtig hier?! Ich bin gerespawnd. Aber alles hat nichts mehr. Ja. Na egal, hier hat eh ne Spritze und ein Kante Holz ganz schnell mitnehmen. Ach blöde Kuh, halt doch den... Und... ja, bring mich doch... Jetzt bin ich tot. Das ist alles kacke hier. Was ist denn da? Ich? Wieso lebst du auf einmal? Weil ich gerespawnd bin. Okay. Okay. Vielleicht ist der Frido... äh... Frido liegen ganz falsch verstanden. Nein. Ich dachte, der reagiert nicht. Du kannst ja mal auch nicht zwischen die Beine laufen, ne? Das ist kacke von dem... Das ist doch kacke, dass da drei von diesen Freaks rumlaufen. Ähm... Mit den Bäumen? Mit den Bäumen. Dann die alten noch. Also hier die Ommas da. Also diese The-Ring-Frauen könnten sie ruhig weglassen. Ja. Ja. Und dann hast du auch noch das Problem, dass du nirgends hin kannst. Du kannst nirgends ausweichen. Du kannst, äh... Was ist das denn her? Wirklich Aggressionen. Wie willst du denn? Ja. So, kommt die Alte mal jetzt hier. Und direkt die Hinterher. Hallo! Achtung, träg die Alte mit. Wo ist die Alte denn? Die Alte kommt nicht. Die kam bei dem auch nicht durch die Beine. Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Na komm! Ja? Jetzt ist er tot. Okay. Eins, zwei, drei, drei! Okay. Oh! Ah! Das wird schließen. Ich hab nur noch einen Schuss auf der Wumme. Wir waren zu schnell. Ja willst du gehen? Steht da.